So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Jetzt habe ich gerade die Wiederholung von Raw geguckt. Raw, also vom Mittwoar, vom Restling auf jeden Fall. Und da kam noch eine kleine News reingeflattert. Top Rates. Was ist denn das? Das ist aber nicht der Adi. Guck mal, was das ist. Guck mal, eine Katze. Aber das ist kein Adi, Schatz. Das ist die Molly. Warte, ich lasse dich ja schon runter. Kleine Gurke. Das ist ein Halt. Das ist der Schocker der Woche. Die war noch nie hier auf dem Tisch. Die ist noch nie. Die ist... Ich kenne die gar nicht. Ich habe die vorher noch nie gesehen. Ich habe die auch nicht angefasst. Hallo. So, Anzeige ist raus. Top Rates. Rigi Drago. Die Molly hat mich ganz durcheinander gebracht. Rigi Drago kehrt bei einem weltweiten Entschädigungsevent zurück. Top Rates mit Rigi Drago waren ja vor einiger Zeit. Und gefühlt, jeder hatte Probleme. Wir standen da auch im Livestream. An der Brücke wollten in die Lobby rein. Dann Fehler. Spiel sich aufgehangen. Es ging gar nichts mehr. Du musstest ganz neu wieder die App starten. Dann bist du nicht mehr in die App gekommen. Überall haben die Leute berichtet. Bei uns geht auch nichts. Alles ist tot. Bin rausgeflogen. Das war so brutal. So nervig. Das war schon in unserer Zeitzone. Dann kam ja Rigi Illiki. Da wurde also das normal gemacht. Da gab es gefühlt keine Probleme. Manche haben zwar gesagt, bei mir hängt schon wieder alles. Aber du hast nicht so viel gehört wie bei Rigi Drago. Die ganze Zeit hieß es, es wird ein Entschädigungsevent geben. Beziehungsweise sollte dieser Top Rate Tag, diese Top Rate Tour wiederholt werden. Und nachdem nichts gesagt wurde, sind jetzt die News da. Wir wissen jetzt ein Datum und es wird wohl einfach genau dieser komplette Tag mit Top Rates. Also 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr wiederholt an einem anderen Datum. Wieder mit dieser Spezialforschung, wo ihr Bonbons für Rigi Eis, Rock und Stil bekommt. Und ansonsten hat sich glaube ich nicht viel verändert. Trainer, wir entschuldigen uns für die Unternehmlichkeiten, die euch beim ersten Erscheinen von Rigi Drago im März entstanden sind. Und das Gute ist, ich habe alle Rigi Drago, die ich hatte, schon weggetauscht für andere Glücksfreunde, die an dem Tag nicht spielen konnten, die gar keins hatten, das als Eintrag genommen haben. Wäre für mich also nochmal eine Möglichkeit, wieder an Rigi Drago zu kommen, dass man wieder noch ein paar auf der Hand hat. Aufgrund der technischen Probleme, die während des Events aufgetreten sind, hatten wir am Samstag, dem 13. Mai, halten wir. 13. Mai ist es ja erst noch. Aufgrund der technischen Probleme halten wir am Samstag, dem 13. Mai, ein besonderes weltweites Event ab. Außerdem wird es ein spezielles Bundle für Trainer in der Zeitzone GMT Plus 13 geben, die von diesen Problemen betroffen waren. Woher weiß ich jetzt, in welcher Zeitzone wir sind? Ich bin, wisst ihr es, schreibt es mal rein. Was ist GMT Plus 13? Zählen wir dazu. Wer hier war, 11 Uhr, 14 Uhr, wann auch immer, wir haben gesehen, wir waren ja betroffen. Wir müssen eigentlich da reinzählen, aber GMT 13 sagt mir gar nichts. Während des Events könnt ihr an der befristeten Forschung teilnehmen, die ursprünglich für die Top-Rate-Tage mit Rigi Drago und Rigi Eleki geplant waren. Sogar dann, wenn ihr diese bereits abgeschlossen habt. Ansonsten gleich das Gameplay dem des vorherigen Events. Danke für euer Verständnis und eure anhaltende Begeisterung für Pokémon GO. Heute wurde was veröffentlicht. Hat der Tobi irgendwo gepostet. In den letzten 30 Tagen haben wohl ca. 400.000 Spieler das Spiel gelöscht, deinstalliert, aufgehört zu spielen. Und Tendenz steigend. Ob das so stimmt, die Zahlen da passen, weiß man nicht, aber ja, anhaltende Begeisterung. Selbst die Genaya sagt mittlerweile, in letzter Zeit macht ihr das Spiel gar nicht mehr so viel Spaß. Weil sie uns die Raids genommen haben. Top-Rate, Rigi Drago, Rigi Drago erscheinen auf der ganzen Welt erneut bei Top-Rates. In Pokémon GO, Rigi Drago schlüpft zu den folgenden Zeiten. 13. Mai, 11 Uhr, 13. Mai, 14 Uhr, 13. Mai, 17 Uhr. Und befristete Forschung, die ihr innerhalb von 11 bis 18 Uhr lösen könnt, schließt die Aufgaben ab, um Rigi Rock, Rigi Eis und Rigi Stil Bonbons zu erhalten. Was sind Top-Rates? Steht natürlich nochmal da. Eine schwierigere Variante der regulären Raid-Kämpfe, sie entstehen aus besonderen Raid-Eiern. Sobald das Ei geschlüpft ist, kann der Top-Rate-Boss für 30 Minuten herausgefordert werden. Ihr müsst vor Ort sein, persönlich, könnt nicht einladen. Trommelt eure Freunde zusammen und stellt euch auf einen epischen Kampf ein. War bei uns schon immer das Problem, aber wir standen gefühlt immer alleine an der Arena, weil einfach keiner da war. Ja, wir mussten auf die Hilfe des Spoover zurückgreifen, dass die Luftunterstützung gegeben haben, dass wir den Raid dann überhaupt machen konnten. In Meiningen jetzt mussten wir so weit rausfahren, dass wir eine Arena finden, die eine X-Raid-Arena ist, wo der dran war bei Rigi Eleki. Da stand zufällig einer hinter uns und hat gesagt, macht ihr den Raid, ich bin gerade hier zu Besuch und spiele das. Hab gesehen, hier geht was auf und ich mach da jetzt mit. Ja, aber den werden wir wohl nie wiedersehen, der war halt nur zu Besuch. Also man kann nicht einladen, die Spoover werden wieder sagen, kein Problem, ich gehe nach Zaragoza, ich hau da mich in die 20-Mann-Lobbys rein. Wer aber so wie ich dann das Ereignis streamen möchte oder ein Video vor Ort machen möchte, da wird man doch sehen, dass wir wohl gefühlt alleine sind und da eben nicht so viel abgeht. Gerade jetzt, wenn du weggezogen bist, woanders hin und eh keine Sau kennst, aber naja. Wenn ihr Rigi Drago bei einem Top-Raid besiegt, habt ihr die Chance, das Pokémon zu fangen. Denkt dran, es ist nicht möglich, mit Fan-Raid-Pässen an Top-Rais teilzunehmen. Auf unsere Trainer in der Zeitzone. An unsere Trainer in der Zeitzone. Als besonderes Dankeschön für euer Verständnis für die Probleme, die in eurer Zeitzone aufgetreten sind, wird ein Bundle im In-Game-Shop erhältlich sein. Dieses Bundle ist von Freitag, dem 12. Mai, 11 Uhr bis Samstag, den 13. Mai, 18 Uhr für alle Trainer in der Zeitzone GMT Plus 13 verfügbar und enthält folgende Items. Drei Premium-Kampfpässe, also die grüne und zwei silberne Sanana-Bären. Das ist schön, diese Entschädigung. Ich weiß aber trotzdem immer noch nicht, ob wir diese Entschädigung kriegen oder halt eben nicht. Für wen ist die? Für uns ist die nicht. Guckt einfach mal bei euch rein, beziehungsweise wenn ihr spufen könnt, dann spuft euch halt in die Zeitzone, wo es die gibt und holt euch das ab. So machen es ja eh die meisten, gefühlt 90% der Leute, die noch da sind. Also, ja. Ich guck mal, wie das ist, wo was ist. Vielleicht können wir wieder zwei Streams und ein Video machen, vielleicht drei Streams, vielleicht gar kein Stream. Je nachdem, was, wie, wo, wann das Baby kommt und so weiter. Ja, aber wäre für mich ein Anreiz, wieder vor Ort zu sein und da ein bisschen zu raiden mit Unterstützung der Community. Ja, solange die noch besteht. Was sagt ihr dazu? Habt ihr schon ein Rigidrago? Wart ihr beim ersten Mal, als er da war, dabei und habt euch eins gesichert? Hattet ihr damals keine Zeit oder niemanden, der mit euch die Raids gemacht hat und der fehlt euch noch komplett? Braucht ihr also diesen zweiten Anlauf jetzt dafür? Oder wart ihr dabei und seid auch diesmal wieder dabei, wenn wir das machen und unterstützt und helft vor Ort? Das wäre natürlich das Beste. Ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und in alter Bisa-Fan-TV-Manier sage ich, Wart ab acht Minuten kannst du monetarisieren. Wir sind bei 7,55. Da warte ich noch vier Sekunden. Und ich glaube, das wäre komplett egal gewesen. Also, ciao. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.